Achtung, Achtung, jetzt wird sie da heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde HNZ1 Battle Royale zusammen mit Eiffel, Bayerwald, Schneckball und Nice, weil Alex da nicht mehr dabei ist. Ich flieg nach Norden irgendwo. Polizeistation. Ja, ich verabschiede mal dich. Ja, ich flieg auch nach Norden Höhe. Ich hoffe, ich schaff's oberhalb der Polizeistation. Ich komm zur Kirche. Also hier ist auch irgendwo noch ein anderer. Ich bin aber in deiner Nähe. Fresh, glaube ich. Also ich bin Polizeistation. Ja, ja. Ich fahre jetzt aber hinten irgendwo raus. Da vorne ist jemand gelandet. Ach shit, ich bin genau dort, wo man nicht... Super, wie komm ich denn jetzt von dem Gebäude runter? Fuck. Lauf zu uns einfach. Wir laufen alle Richtungen bzw. ich fahre. Ich bin auf einem Gebäude, wo ich nicht runter kann. Wie nicht runter? Okay, ja, ich bin hingesprungen, ja. Ja, also, ähm... Wo bist du denn hingefahren? Äh, bei... Dings bin ich gerade. Wie heißt der Laden? Romeros. Was, bei Romeros bist du? Ja, bei noch... Achso, da hinten. Ich bin bei der Kirche hier oben. Kannst du da mal herkommen? Also ich habe jetzt eine AK, aber ich bin jetzt hier eigentlich irgendwie... Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Wo bist denn du? Naja, ich war auch in der Nähe der Polizeistation und renne jetzt wieder Richtung Osten ins Gebüsch. Weil da viele andere sind. Ja, das ist halt das Problem. Deswegen bin ich erstmal weggefahren. Weil da halt viele andere sind. Ja, dann bleibe ich jetzt halt hier hocken. Ich geh bei der Kirche grad... Ach, scheiße. Da ist ja alles zu. What the fuck? Ich bin im Friedhof. Was? Ich bin hier gegenüber von so einem Feld. Gegenüber von so einem Feld, okay. Ja, auf der anderen Seite von der Polizeistation und dann hinter diesen Häusern. Ich bin bei den Lagerhallen. Auf der Rückseite der Lagerhallen komme ich raus. Wo bist du, Eifel? Boah, ich bin in einem Bürogebäude nördlich von der Polizeistation, aber bei mir ist auch jemand. Hinten fährt ein Auto. Na, ich hoc jetzt hier in so einem Brombeerbusch. Oh, ich habe eine AK. Ich bin auf der Rückseite heraußen, wo es Richtung... Bei der Polizeistation auf der Seite bin ich jetzt raus. Dann sind wir ja eigentlich ganz in der Nähe. Hast du auch die Schüssel gehört? Ja. Ich nicht. Ich bin auf der anderen Seite von... Ich komme jetzt einmal Richtung Polizeistation wiedergefahren. Also ich bin links von der Straße. Okay, Fresh, ich glaube ich habe deinen Pfeil gesehen. Kann sein. Aber von deiner Seite... Oder meinen. Da ist irgendwas. Ich sehe, ich höre das Auto. Okay, dann bin ich in deiner Nähe auf jeden Fall. Da war jemand auf dem Bürgersteig. Ich muss wegfahren bei dir, Eifel. Also ich bin da, wo der Unfall ist auf der Seite heraußen. Ach, da unten bist du? Okay. Ja. Dann komme ich Richtung Unfall erstmal. Hier sind welche. Fuck! Ich wurde getroffen. Aber nur Modern Bleeding. Es geht noch. Ich bin in der Wiese, also auf der Rückseite links. Genau, ich sehe das Polizeiauto. Ist das du? Ja. Ja, ja, ich bin da. Oh, warte mal. Ich glaube ich bin auch bei euch. Oh ne, ihr seid noch weiter weg. Warte mal. Du warst beim Polizeiauto? Hm? Ich sehe das Polizeiauto jetzt. Da geht einer. Ich muss mich gerade mal verbinden schnell. Bist du stehen geblieben mit dem Polizeiauto? Ja. Ja. Komme ich jetzt zu dir? Ja, ich komme auch wieder zu dir, weil ich musste mich nur im First Act einschmeißen, weil ich ärgerlich getroffen wurde. Ich habe auch ein Polizeiauto. Ich habe jetzt ein Polizeiauto. Wo seid ihr? Dann fahr da hinten im Wald rein erstmal, oder was? Ne, es ist ein Schneckball. Ne, I4 habe ich gesehen. Wo? Wo seid ihr? Dein Fall. Ich bin südlich von dir, genau. Ach so, er ist hinten raus. Jetzt müssen wir noch Schneckball von mir hin kommen. Ich bin hier auf der anderen Seite. Welche andere Seite? Da unten ist noch ein Gegnerfach. Naja, ihr müsst einmal durch die Stadt durch. Auf der anderen Seite. Quasi. Ihr fahrt ja da, seit ihr den Hügel eben gefahren. Ich bin rechts von uns. Wie kommt das denn raus? Oh fuck, hier kommt das denn raus. Da vorne links. Da links und da ist der Fall rechts. Oh, bei der Kirche oder was? Bei der Kirche bist du. Bei der Schlüsse hier. Nein. Weil du gesagt hast, auf der anderen Seite. Höhe Polizeistation und dann am Ende der Häuser. Ich höre ein Auto. Vorsichtig fahren. Stopp. Da rechts. Komm schnell rein und weg. Ah, hier ist er. Oh, hinter uns sind schon welche. Oder? Ist das Eifel? Das bin ich. Eifel. Links rum. Links rum und raus muss das stoppen. Dein Auto brennt noch nicht Eifel? Ich seh's grad nicht. Nö. Meins brennt nicht. Ich hab 80. Dann nehmen wir das gleich. Rechtsraum vorbei, oder? Ja. Und geht. Ah, wir müssen eh hier hoch. Wir fahren zur Villa. Kurz. Was? Ja. Der Typ ist schon tot, seh ich grade. Welcher Typ? Der mit uns war? Ja. Achso. Er ist direkt. Ich werde hier noch rechts abgebogen. Ein bisschen hier durch die Wiese. Hier wird auch wie verrückt geschossen. Nein. Ja, fahren wir auf jeden Fall zur Villa. Das Wasser voll aus. Ja. Total wert. Eieieiei. Eieiei. 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 Ja. Der Villa ist auch heraufbissen. Ja, aber es geht sich noch aus mit der Safe Zone. Und dann passt das. Weil die Safe Zone dort relativ zum Schluss erst hinkommt. Ja, ja. Alles klar. Ich tanke auch vorhin. Ich meine, ah, passt das alles. Geil. Wow. Haha. Geiler Scheiß. Das ist alles lang von Eifi. Das schöne ist, ihr habt's am Video, gell? Ja. Eifi einfach mal über uns hin weg sprengt. So cool. Das sind Stunts. Das war echt cool, der Stunt. Ich dachte, er ist so kacke, kacke, aber dann. Wann sagst du das? Stein! Zack! Gegengefahren. Auto. Ja, ist ein Legos. Warte, ich steige. Was? Ja, klaut mir mein Auto. Geh mal weg da. Geh mal weg da. Ja, steig halt ein. Du bist auf der Fahrerposition. Geh mal weg da. Ja, du sollst einsteigen. Ich fahr nicht mit bei ihr, wenn der fährt. Ja, aber du. Nur ich bin. Da geht es mir ums Prinzip. I4 ist jetzt schon da und klaut unsere AKs. Ich hab eine. Ich hab auch eine. Ich hab keine. Eine AK-Kunde oder was? Komm, wir müssen schnell hin und I4 die AK klauen. Mäh. Ja, weil du dich weigerst mit mir zu fahren? Kraftsack. Ja, es geht ums Prinzip. Alte Leute sollten keinen Führerschein haben. Doch, doch. Alte Leute, sag ehrlich. Mindestens einmal die Woche müssen sie zum Arzt und sich durchhecken lassen. Alles sehen und so. Ah, wie gern will ich jetzt abdrücken. Eines Tages machst du es in der Aufnahme. Schießt dir von hinten in die Rüge. Ja, machst du aber noch einmal. Du musst mir so eine Blankgranate im Auto zünden, ob das funktioniert. Ja, machst du auch noch einmal, glaub ich. Ist mir wurscht. Einmal reicht mir ja. Weiß ich, ob's geht. Nee, ich weiß ja erst bei zweimal. Man muss das genau testen. Oh, ich hab nen Tantenmilitary Backpack sehe ich grad. Cool. Denk mal, der hat gar kein Backpack. Nö. Die hat nur die AK alles drin. Das reicht dir. Kann auch nackt sein. Hauptsache ich hab die AK. Genau. Also wenn du in der Apokalypse mal ne nackte Frau siehst, da ist sie mit ner AK weißt Steckball. Genau. Der ist alles wurscht. Hauptsache sie hat ne AK. Geht er? Holst du die Autos unten? Ja, dass hier die Waffen mir wegnimmt, oder was? Das ist immer so meine Taktik bei der Villa. Immer die anderen so irgendwas anderes machen lassen. Weißt du noch Eifel, als wir bei der Villa zur Villa gefahren sind und Bayerwald und Alex auch. Und wir dann fahrt zum Krankenhaus, fahrt zum Krankenhaus. Achso. Und die sind zum Krankenhaus gefahren. Oh Gott ey. Das war ja cool. Krankenhaus war halt nicht viel drin. Das war das Problem. Das ist Polizeiauto. Nimmt einer das Quad auch? Also unten ist eh nix. Außer Shotgun-Munition. Aber da könnt ihr einmal Shotgun-Mun haben. Ich hab das Quad genommen. Und dann? Nach oben. Ich hab die Batterie rausgenommen. Nimm die Batterie. Hast du Sparkplugs auch rausgenommen? Nö, das Sparkplugs haben wir dringelassen. Dann bringt das nämlich gar nix, weil der dann die Batterie aus dem Quad nimmt. Da ist selber schön. Oben steht noch ein Jeep auf jeden Fall. Ah hier steht eine AR, das ist doch schön. Er ist direkt im Keller durchgestartet, Alfie. Ich guck mal kurz, ob das passt. Wir tauschen hier. Alfie, ich hab ein AK für dich. Echt? Ja. Geh mal hoch. Im Wohnzimmer direkt. Ah, nice. Danke. Ja. Nix drin. Ist eigentlich in diesem Scheißhäuschen irgendwas? Nee, oder? Nee, da ist nie was drin. Ich hab mal den Jeep hier hinten noch ausgeräumt. Ja, den nehmen wir gleich, glaub ich, ja. Ja. Keine Shotgun-Mun? Was ist das denn? Ne, vorne steht noch ein Pickup. Da ist tatsächlich nix drin in dem Scheißhaus. Hab ich gesagt. Glaub mir doch einmal. Das war nix mit Medikit oder sowas, der eigentlich schlecht. Nee, gar nix. Ja, das waren die Sklaven, die da in dem Haus gewohnt haben, ne. Die haben keine Rechte und keine Autos. Und keine Waffen und nix. Wie alles, wie alles ausgelootet ist. Ja, wie hier die Waffen einfach ohne Moon rumliegen. Ja. Aber Schneckwald, du kannst, äh, hier, was, hier, ich leg dir draußen. So. Draußen ist hier bei mir Shotgun-Mun. Einen Shotgun hab ich auch gar nicht, fällt mir grad ein, egal. Passt schon. Kommt ihr dann zum Auto hinten? Ja, Moment. Ich bin auch am Einsammeln. Du hast da was liegen lassen. Ja, ich, äh. Gut. Aber Ding ist keiner da, gell? Ja, Medikit. Nee. Hab auch ehrlich gesagt nur zwei. Du hast nur zwei. Ja. Oh, scheiß. Ja, normalerweise hab ich immer ein paar mehr, ne. Ich hab vier. Ich hab vier. Hier. Aber habt ihr ja alles geräubert oder was? Ich komm raus. Nee, bei mir war, bei der Polizeistation in dem Bürogebäude bei jeden, bei den ganzen Toiletten waren überall welche. Ja. Wo bleibst du, Bayer? Ja. Gut, ciao. Ja. Ja. Dann können wir hier schauen, was ich hier alles hab. Äh. Ich hab auf jeden Fall eine AK, das reicht. Mehr brauch ich nicht. Ich hab eine Magnum mit 48 Schuss, also wir können fahren. Jede Zelle meines Körpersens. Ja. Ich hab 63 Schuss, äh 63 Schuss AR und 60 Schuss AK. Ja. Und drei Molotov-Cocktails. Muss reichen. Happy Birthday. Ja. Eben. Booby-Track. MG hat heute geboten. Ja. Wo war das? Ich wusste, irgendwer hatte doch heute geboten. Und Schneckbar und Gama haben erst gratuliert, als ich auch gratuliert hab und auf meinen Tweet geantwortet. Ja. Aber du hast erst gratuliert, nachdem ich gratuliert hab. Ich kenn den ja nicht. Ich hab was auswächst mit dem am Hut. Ja, aber ich hab's dann gesehen und dachte, du hast das bestimmt in Skype gesehen. Und da ich ihn ja nicht in Skype hab, dachte ich gratuliert einfach auch mal. Aber... 911 ist tot. Ne, 911 hat einen gekillt. 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 Wohl mehr. Nicht nur einen. Drei in Folge. Oh Gott. War ein Auto zerstört mit Sicherheit. Ne, das waren... Die waren ohne mal... Die waren auch im Zeitabstand. Ja. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist 911 tot. Das war ein wichtiger Kill für uns. Müssen wir wieder abziehen. Ja, ich fahr hier in den Wald irgendwo. Ja. Ja. Ja, stimmt. Fahr gegenüber von der Military Base wieder. Auf dieser Anhöhe. Ja. Ja, das ist doch gut oben, genau. Und dann schauen wir mal, was es ist. An der Military Base selber gibt's ja kein Loot. Panzerfäuste oder so. Ne. Doch, da steht ein Panzer rum. Das ist aber auch ein anderes Spiel, wo in der Military Base ein Panzer rum steht. Ach GTA war das, ne? Ja, genau. Aber du fährst da hin, da oben rechts ist unser Punkt. Ne, da oben rechts ist unser Punkt. Ne, da oben rechts ist unser Punkt. Was sag ich doch? Also hier jetzt. Ja, oder wenn eben die linke Seite. Ne, ne. Das ist uncool. Das macht man nicht. Hier oben ist es. Hier ist nämlich auch der Aussichtsturm. Genau. Der mit ohne, äh... Wer ist jetzt schon vorher ausgeprägt? Ich! Dann geht man auf den Aussichtsturm. Und wenn man oben ist, fängt man sich einen Sniper Shot. Äh? Was ist das? Was denn? Hier liegt ein Raketenwerfer. Tch. Oh, schade. Den hätte ich auch gern. Nein. Beyer mit seiner Magnum. Kannst du keine vernünftigen Waffen leisten? Aber ich werde meine Shot vielleicht weggeben. Warum? Dann kann ich Molotow ausrüsten. Stimmt. Du gibst die Shot ab. Ja. Die will ich aber gar nicht haben. Ich hab das Ding. Guck mal, Eifer. Ich steck dir von unten in die Nase. Eifer hat übrigens auch eine A-Kane. Das bringt gar nichts aus der Masse. Wir können, glaube ich, hier bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja. Wer ist mit dem Ding? Ja. Das macht größere Löcher. Deins macht schneller Löcher, aber meins macht größere. Wollt ihr vielleicht knutschen, sollen wir euch alleine hier lassen? Ja, verpisst euch mal. Wir nehmen aber das Auto mit, ne? Das sollte ihr bewusst sein. Nukles hat auch zwei hintereinander vollen geholt. Der muss auch mal sterben. Das sind alles Ninja Bombs. Ja, der hat da so 20. Die Reste. Der wird auch hier nichts mehr werfen. Wer weiß, ne? Ab und zu. Dachte man sich schon mal, der wird hier über Schnicks werfen. Und dann... Und dann direkt neben einem. Am besten war immer noch... Die Frage ist natürlich... Alles easy. Boom. Fresh hatte eh alles im Blick da oben in sein Türmchen. Hab ich? Ich guck ganze Zeit auf mein Handy, ehrlich gesagt. Dass du schaust, ob jemand von hinten kommt. Ne, ich guck go. Jupon-Karte. Nebenbei. Eifel ist weg. Und Alex hat auf Twitter geschrieben und so. Das muss alles beantwortet werden. Was sind nur noch 18 da? Alle haben geantwortet. Außer Bayer-Weite. Der ist sehr konzentriert. Einer muss ja hier wenigstens auch... Ich muss aber auch noch antworten. Hat er ja auch mal auf die Menge der Mitspieler geschaut. 18er, ja. Hast du doch grad gesagt. Wir sind hier voll und ganz bei der Sache, Bayer. Ja, ja. Eben. Man merkt's. Fingernägel lackieren, Zehennägel schneiden. Ach, das müsste ich mal wieder Zehennägel schneiden. Ih, davon will ich nichts hören. Warte noch, der Anna ruppelt sich von der Eichel mit der Pfeile den Käse. So, bin grad mit Duschen, bin grad mit Duschen fertig. Ne, genau. Machst du das mit der Pfeile? Hä? Eifer, du hast dir doch Nudern gekocht, oder? Stimmt. Ich dachte jetzt eher an Fresh, weißt schon. Aber wobei, Pfeile hilft da nicht. Raspel oder Flex. Widerlich. Was für Flexchen? Schau mal, ich hab gestern was getwittert, das habt ihr, glaub ich, nicht gesehen. Abartigst. Das, was du mit Mario diskutiert hattest? Ne, das, wo Mina drauf geantwortet hat. Ja, auch Mario auch. Hab ich mir erst gar nicht angeguckt. Ich auch nicht, ich auch nicht. Irgendwas mit, irgendeine, keine Ahnung. Ich lag so im Bett, ich dachte so, nein, tschüss. Ging an mir vorbei, Gott sei Dank. Ja, also das ist, äh, geht um Pickel ausdrücken. Ach doch, das kenn ich. Und da gibt's jetzt ja auch so ein YouTube-Channel und die filmt das, wie die Pickel ausdrückt. Und, aber jedes Mal, wenn ich dann auf einen Tweet geantwortet habe, ne, der auf die Antwort war, oder auf diesen Post, hab ich dieses Bild gesehen. Und ich hab mich jedes Mal abartigst geekelt und musste dann deswegen löschen. Ich konnt's nicht mehr ertragen. Bin ich denn da vorhin drauf, ach, da kannst du hier vorne, hier kannst du draufschleichen. Da hat vorhin grad funktioniert. Wo bist denn du? Auf dem Auto, ja. So ein alter Opa auf dem Klettertier auf dem Auto. Vergiss das, wie das geht. Ohne zu hüpfen. Kannst du aufs Auto schleichen. Oh man, nein. Diese Glitches. Das probiert jetzt jeder aus, ne? Alter, nix, ne? 17 Uhr noch. Einer hat's gelieft. Könnt's nicht, ne? Amateure. Wahrscheinlich, weil er nicht aufs Auto kommen ist. 16 Uhr noch. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Das war gut. Oh, oh, geschafft. Voll easy. Schneck war es auch. Ja, auch voll easy. Das geht. Easy peasy. Ich weiß es nicht, weil sonst springst du den Rücken auf. Jetzt eine Granate. Jetzt Molotow auf in die Mitte. Ninja Bomb. Und wir müssen los. Huch, verdrackst. Ja, auf die andere Seite der Rücken. Ich bin gleich vom Dach eingestiegen. Achso. Was mach ich denn da? Es sieht aus, als würde ich mir einen runter gerade. Haben wir eine Blühf? Wir müssen ja eigentlich, ja, äh. Oder? Sag mal, rammst du dir da die AK zwischen die beiden, oder was? Ich fach's mir grad selbst. Siehst du das? Ich würde sagen, es ist ein Dildo, wenn du genug bist. Vor allem die Pervers, weißt du, mit dem Gewehrschafft voran. Ja, ja. Ich würde sagen, es ist ein Dildo, wenn du genug bist. Du musst nur mutig genug sein. Wir haben das noch nie mehr. Du, wir müssen nur auf die andere Seite der Base. Ja, passt schon. Ja, ja. Die Frage ist so, hier ist auch eine Fette hinter. Ach du Scheiße, da kommt der Erdorp runter da hinten. Nein, das ist hinterm Berg. Ich seh den Erdorp nicht noch. Äh, Ost-Süd-Östlich. Jetzt sehen wir ihn gar nicht mehr. Der ist so weit weg. Ah, er wird schon stimmen. Ne, cool, er trefft sich noch mal. Kannst du mal aufhören? Ja, ich seh nur aus dem Auto die ganze Zeit rechts die AK rauskommen. Sie klatscht einfach so, ja, noch weiter! Ja, mehr! Ich glaub ich hat ein Handy mit Vibrationsalarm, ha? Äh, so geil. Hier ist doch schön. Ja, hier vorne. Jetzt fehlt die Axt. Ja, die Axt. Hat jemand die Axt dabei? Ja, bleib stehen hier. Genau, hier haben wir einen schönen Überblick. Eigentlich müssen wir ein Lagerfeuer machen, das ist euch bewusst. Ja. Wir haben übrigens, ohne Witz, acht Mal Sprit, ne? Ja, ich hab nochmal zwei dazu. Acht fucking Mal Sprit. Du könntest mal hier den Sprit hinlegen und ich schieß mal mit der Magnum drauf und wir gucken, wo was passiert. Ne, das ist auch cool. So was macht man nicht. Wächst mein Baum. Blödsack! Wo meine Magnum raus. Sag's dir. Äh! Äh! Frauenschläger. Oh! Wir gammeln zu viel rum, gleich werden wir hinterrücks erschossen. Sicherheit. Äh! Das tat mir weh. Ja, das tut irgendwann weh. Irgendwann ziehst du was ab, ja? Ja, hat's hab ich gerade. Ich hab wohl noch... Ich glaube, ich tausche mal mein Magnum gegen ne Molotow. Das ist, glaube ich, besser. Wie, äh... Ach, ne. Kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Ich beholt sich gar keinen mehr runter. Doch, ja. Du hast einen Back bei mir. Tue ich. Ah doch, jetzt wieder. Jetzt wieder. Ich hab's echt nötig scheinbar. Du brauchst es aber richtig heute. Ja, ja. So fährst du eigentlich nach Nordosten? Das ist eine bestimmte. Das ist C4. C4, C5, dazwischen den zwei Bergen. Ach du Scheiße, ist ein freies Feld hier. Ach, da bin ich vorhin grepiert hier, ja. Ja, machen uns auch noch Hoffnung. Ein Fahrzeugkreuzung dahin. Auf D4. Ich bin grad auf dem Berg und dieses Fahrzeug vollziehen. Ein D4. Also ich weiß, hier ist immer safe. D4 müssen wir. Das ist optimal eigentlich. Vollspeed runter. Ja, scheiß drauf. Oh, oh, oh. Du dumm Vogel. Jetzt vollspeed runter. Die schon den Stein nehmen. Hm. Das ist alles gut. Da links die Bäume, oder? Ja, eher links die Bäume, ja. Ja. Da links die Bäume ist, glaub ich, ist gut. Oder eher rechts die Bäume. Ah, die gehen schon. Wer ist doch ausgelöst. Da drüben den Berg. Hier oben wär besser, ja. Ja, dann fahr drauf. Komm mit. Der hat zu Fuß gehen können, der faules Sack. Oh, 15 Euro. Der hat ganz schön viele schon gekillt, der Typ da. Ja, aber Nukleos hatten vorher auch relativ viele gekillt, von daher hat sich das wieder ausgeglichen jetzt quasi. Wir sind D4, ne, das passt also. Alles klar. Wieso, äh, seh ich meine Gesundheit nicht mehr? Welche Tasten muss ich drücken? H. Für Health. Ah. Macht Sinn. Ich könnte mich heilen, seh ich da nämlich gerade. Wie will ich hassen, du? 78. Da steht unser Polizeiauto noch. Unser Polizeiauto? Ja, da unten. Eine Kreuzung. Was wir stehen gelassen haben. Ja, da steht er echt. Hätten wir eine Linzerbomb draus machen können. Ja, eigentlich schon, aber... Aber ich glaube, wir sind zu weit oben, oder? Ja, wobei D4 ist komplett drin, oder? D4 ist fast komplett drin. D4 passt. Okay, wenn sich die Zone zusammenzieht, dann haben wir es relativ gut, weil wir müssten direkt oben links im Eck sein, oder? Vom D4. Ja. Nee, so ganz so weit oben sind wir auch nicht, glaube ich, oder? Oder? Oder doch, wir sind relativ weit oben. Doch, doch. Stimmt. Da steht bald hier einfach oben links. Unverschämt hat sich das. Elf Gegner noch, ne? Das sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Jeder... Drei und Bayern nur zwei, bei der in Luke ist. 100 pro, dass in der Hütte südööstlich jemand ist. In dieser Dings da, in dieser Jagdhütte? Sicherheit. Kann sein, ja. Wobei ich vermute eher mehr sind noch in Pleasant Valley gerade. Ja, ne? Ja, Dopp kommt da hinten irgendwo. Okay, das passt. Wir sind auf keinen Fall in der Flugschneise. Das Problem ist halt, dass Pleasant Valley noch komplett drin ist, gell? Oder fast komplett. Ja, viel auf jeden Fall von Pleasant Valley, ja. Was ist jetzt eigentlich besser, die AK oder die AR? Kommt drauf an, was du machen willst. Leute erschießen. Dich erschießen. Mich erschießen kannst du gar nicht, weil du nicht bist. Wird sagen, die AK. Also ich spiel mit da einer? Ich spiel mit da eher besser auf Distanz. Okay, wir sind vielleicht nicht safe. Wir sollten ein Stück fahren. Kommt zum Alter, Börger. Ja, dazu dieser Schneise bei den Bergen. C4, C5. Ja, aber auf dem nördlichen. Ja, ja. Rechts von uns ist eh schon Gas. Ja, ja. Da willst du. Den C4, C5. Da. Da kommt jetzt genau eine Aero-Brotor da drüben. D4. Also wir könnten auch hier bleiben, an der Stelle. Könnten wir auch. Könnten wir auch. Könnten wir auch. Wenn wir weit genug unten sind. Oh! Schießt jemand! Aber mit! Wir nehmen kein Turbo gerade. Der schießt immer noch auf uns. Was ist denn los? Jetzt können wir vergessen das Auto. Laufen wir lieber zu Fuß weiter. Ja. Ja, gleich. Aber erstmal hier weg. Und wie muss ich nach links kommen? Alter. Ja, du musst ganz schön viel nach links jetzt dann fahren. Ja. Ja, hier hoch. Und haben die ab in der geschossen? Ja, das... Mit einer Piste oder so. Ja. M9. Nein, der hat extrem gut getroffen. Nein, M9 war nicht. Entweder 19, 11er. Meinst du? Der hat ganz schön viele Schüsse abgegeben. Ja. Aber der muss ja dann rechts nicht dran gewesen sein. Ja. Okay, hier und dann Auto stehen lassen. Den Sprit nehme ich mal mit. Man weiß ja nie. Ja. Sind wir hier denn safe ist die Frage. Hier, hier, ja. Es kann sein, dass wir vielleicht nur ein bisschen in die Schneise rennen müssen. Aber hier schon. Unser Auto brennt hier halt jetzt. Ich weiß ja, das ist ein bisschen blöd. Ja. Irgendwo kommt der Bomber. Okay, weit genug weg. Mehr als weit genug. Ja. Komm, der holt jetzt einfach mal. Da drüben kommt ein Auto und wir runter. Ja, ja. Wo? Genau gegenüber von uns. Gerade aus Süden. Genau im Süden. Ach da. Ein Jeep. Die steigen aber glaube ich jetzt gleich aus. Schaut einer da runter, wo der andere Typ uns Auto geschossen hat? Fahren die wieder hoch? Was machen die da? Bleiben die stehen? Die stehen da. Aber ist keiner ausgestiegen, oder? Ich würde jetzt gerne mit einer Rive-Bilder rüber. Ah sitz. Das ist so klein mit der Arcane, da triffst du gar nichts. Ich weiß nicht, ob du mit der Arcane triffst da drüben. Ich würde mich einfach so hin, dass die mich erstmal nicht sehen und dann schaue ich mal. Eigentlich könnten wir gleich das Auto Kamikaze Style nehmen. Den Berg runterjumpen. Und kurz bevor wir auf dem Boden sind, aussteigen. Winterbomb. Ja, nur irgendwie umgekehrte Ninja-Bomb. Dass wir aussteigen rechtzeitig. Ja, wieso? Das geht's ja. Macht er ja auch. Rechtzeitig aussteigen und das Auto. Quasi da rüberfahren, aussteigen und das Auto in die Luft jahren. Er ist überhaupt der ärgste Terrorist. Der ärgste Terrorist. Und noch stehen die da drüben ganz entspannt. Und es sind 14. Ja. Aber jetzt müsste es ja eigentlich gleich actionmäßig losgehen, weil es ist ja fast nur eine freie Fläche. Es geht, ne. Jetzt passt auf, jetzt ist es wieder unten. Oh fuck. Genau bei denen drüben, oder? Ja, C5, D5. Am Berg vielleicht sogar vorbei. C5, D5. Wir müssen viel weiter runter. Go, 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 Power Rangers. Und nimmst du nicht das Auto? Weil das Auto fast kaputt ist? Das hat 60% noch. Ja, ich wollte keinen Selbstmachtkommando begraben. Ah, super. Jetzt hat er Pengerhautes Ding dabei. Fuck, hast du? Ja, wo bist du denn da unten? Passt nur auf, passt nur auf beim Wald. Hab welche gelegt? Auf der linken Seite war ja wer. Der ist mit Sicherheit da irgendwo. Die anderen fahren da drüben auch fast runter. Alles im Lot auf dem Boot. Alles im Buddha auf dem Kodach. Hast du deine Sparkplugs hingeschmissen? Ja, hab ich. Du wolltest die doch haben. Das brauchst du allemal, jetzt bin ich auch unten. Ja, dann lege ich dir noch welche hin. Hab dir noch welche hin. Crash, äh, scheiß Sparkplugs. Ja, super. Wo sind die Gegner? Und die anderen sind mit dem Auto jetzt wohl runter. Also ich würde hier auf jeden Fall hinter den Bäumen bleiben. Spätestens da, wo ihr steht. Nee, ich ganz in die Ecke. Ganz in die Ecke gehe ich von der Safe Zone. Da ist genau. Oh, Schüsse. Auf die Hälfte. Nee, nicht auf uns. Nicht auf uns. Ja, irgendwie so von rechts hinten, ne? Paar von rechts, paar von links. Da sind die vom Berg oben. Das war grad so die Sache. 13. Wir sind auf der D-Linie. Die D-Linie ist schon mal gut. Da hinten ist ein Auto. Ost-Süd-Östlich. Jeep. Ja. Ja. Es fährt auch. Ja. Es dreht. Nee, warte mal. Nee, es fährt weg. Okay. Bei vier ist das hinter mir. Ich muss mich grad kurz umgucken mit den Schritten, weißt du? Ich war mir da nicht sicher. Wahrscheinlich sind wir eh schon dreimal an den Typen vorbeigelaufen. Zwölf sind es noch. Vielleicht nur noch elf, weil entweder sterbe ich oder jemand anders stirbt. So jedenfalls meine Vermutung. Da willst du hoch. Ja. Hier war doch irgendwo das Auto grade, ne? Ist er weggefahren? Da ist der Airdrop. Ach, hier ist ein Airdrop. Pass auf, pass auf. Ich geh'n bisschen weiter rechts. Ist mit Sicherheit irgendwo einer. Bist du beim Airdrop? Ja. Ich öffne den Kraner. War schon jemand dran, würde ich sagen, aber bis zum Moon und First Aquids hab' ich noch rausgenommen. Ich hab' keinen einzigen First Aquid. Ich auch ne. Eine Bandage hab' ich. Ach, da oben seid ihr alle. Naja. 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 Oh, wir müssen wieder hoch. Nordwestlich komplett. Ach, komm. Hm. Ja, dann wär' ich sogar richtig gewesen. Ja. War das den richtigen Riecher? Oh, Krumme ist tot. Jawoll. Geil. Sieben. Drei Gegner nur noch. Und das ist der nächste Airdrop, oder? Naja, das ist ein Airdrop. Der interessiert mich jetzt grad gar nicht. Ja, Frage ist, wo ist er? Ja, über mir irgendwo fahren. Weißt du, wo ich das sag, wo die sind? Auf dem Berg. Kann sein. Wir brauchen nur stumpf nordwestlich zum Gasende laufen. Weiß nicht, ob das reicht komplett. Ob man nicht noch ein bisschen nördlicher da muss. Äh, westlicher. Hier ist das Gasende, aber ich glaub' man muss ein bisschen westlicher in der Tat. Da ist das Gas. Ich glaub' hier passt's. In der Senke. So. Jetzt gut verteilen hier. Wo ist Eif jetzt denn? Hier. Ach, da hat du. Ne Ahnung, da muss ich hier rüber, sonst ist kein Baum mehr für mich. Was war das? Das war ein Schuss? Das bin ich aber so weit weg von euch. Ja, das war so ein Schuss. Da oben, äh, oben rechts läuft einer. Welche Richtung? Jetzt ist er weg, kann ich nicht mehr sehen. Ah, der war süd-süd-östlich. Süd-süd-östlich. Von mir. Ist er nur nach rechts gelaufen? Der ist nach links gelaufen. Zum Airdrop wahrscheinlich, zum Airdrop. Aber jetzt seh' ich ihn nicht mehr. Der kommt da nämlich süd-östlich kommt der. Ja. Kann sein, ja. Da müssen wir von da auch aufpassen. Ach, da ist er. Sie haben gerade gesehen, gerade im Hintergrund Airdrop. Mhm. Aber wenn da, wenn du jetzt keine Schüsse hörst, dann sind das ein Dreier-Team gegen vier. Ja, könnte sein, dass das ein Dreier-Team ist. In der Tat. Ansonsten würdest du jetzt am Airdrop Schüsse hören. Ja, muss nicht sein. Wenn die auch so hocken wie wir, dann... Nice, ne? Oder wenn da ein Einzelspieler ist gegen zwei. So spät, ne? Gibt's ja alles. Eifel, du hast gerade keinen Fall über dem Kopf gehabt kurz. Ich dachte gerade kurz. Hm. Das müsste Eifel sein, oder? War kurz am überlegen. Oh Mann. Wäre ja nice, wenn wir heute die Gewinnerrunde nochmal hinkriegen. Ja. Vielleicht sterben die ja wieder alle am Gas, oder so. Ja. Wir sind hier safe, oder was? Wir sollten safe sein, ja. Wenn nicht, keine Ahnung, vielleicht kommt bei dir ein bisschen hinten noch das Gas, aber sonst. Bei Schneckball vielleicht auch. Müsst ihr gucken. Ja, kommt noch ein Stück näher, glaube ich. Kommt einfach hier rüber kurz. Aus Sicherheit. Dann schauen wir mal weiter. Bewegt sich aber nicht. Ja, sieht nicht so aus gerade. Nein. Äh, der Typ kommt von oben. Welche Richtung? Wieder. Ja, die gleiche. Ja, ich seh's, ich seh's. Ja, der ist hinten runtergelaufen wieder. Zwei. Zwei. Süd-süd-östlich. Drei. Drei. Ja, dann ist das nicht rein. Ja, süd-süd-östlich. Ah, da oben, ja. Ich seh's. Ich glaube, sie sehen uns. Zwei sind nach rechts. Die laufen rechts runter. Rechts runter, ja. Einer bleibt da oben. Die machen das gut. Die verteilen sich. Soll ich schießen? Lass uns feuern. Einer kommt von links. Einer kommt von links. Der ist aber wieder rechts rüber. Die suchen uns wahrscheinlich. Aber vielleicht sehen sie uns nicht. Zwei sind da oben, ne? Wir sind oben auf dem Berg. Oh, scheiße. Wohin? Wir müssen zurück innen. Ich starte ein Ablenkungsmanöver und renne links weg. Er steht da immer noch oben. Ja, ich weiß. Ich renne links weg. Wird da gern auf den hochballert. Do not, schießt ihr dann, sobald die auf mich schießen. Klar? Hast du Molotows dabei? Ich hab gar nichts dabei. Ich hab Molotows dabei. Sobald kann ich nicht schießen. Kann man dem Ort aus dieser Entfernung? Ja, du triffst aus der Entfernung. Ich schupf grad hier weg. Ihr hört vielleicht meine Leertaste. Ne, passiert nichts. Ja, ich hör die Schüsse. Jetzt haben die zweimal geschossen. Ich seh leider keinen. Die haben einen Sniper auf jeden Fall. Die kommen jetzt in meine Richtung. Einer zumindest. Zwei konzentrieren sich auf mich. Alle drei konzentrieren sich auf mich. Wenn ihr jetzt von der anderen Seite umlaufen würdet, hätten wir die. Schießen. Lasst doch einfach schießen jetzt. Ja, die kommen näher auf mich zu mir. Jetzt haben die wieder euch im Blick. Ja, das ist das Problem, jetzt kommen die zu uns. Ich bin tot. Alter, die treffen. Das ist ja krass. Ich bin tot. 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 Scheiße. 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 Ich bin tot.